So, hier am Strand ist da ein Fußballfeld. Hinter dem Fußballfeld ist da nochmal eine kleine Bahn. Hier seht ihr dann auch das Hauptgebäude nochmal, wo die Restaurants sind, wo der Pool ist. Wirklich super, super schön hier. Und hier vorne echt, also das Wasser, das ist traumhaft schön. Das ist glasklares Wasser wirklich. Also super toll die Anlage. Und hier auch, hier wird gesurft, hier wird Wassersport betrieben, hier sind Boote, die man sich auch ausleihen kann. Also wirklich einfach nur schön. Wenn ihr mehr sehen möchtet, gerne auf www.wella.de oder hier einfach auf Gefällt mir drücken.